Ach ja, ein Geschenk. Hallo, guck mal. Danke schön, die Saphirbox. Ey, 187 Straßenband, ey. Alter, meinst du, das ist das Twitchen, was da drin sein sollte? Ey, wie krank ist das denn, Alter? Ich dachte so, das wäre voll klein. Ja, 187, Alter. So, ich freue mich auf das Unboxing, Leute. Ich mache jetzt hier ein kleines Unboxing für euch. Kommen wir das mal raus, sodass es am besten hier nicht zu Schaden kommt. Oh, die fühlt sich aber ein bisschen schwer an die Box, muss ich sagen. Hier das Tütchen. Ist ziemlich groß geraten, ne? Jetzt, hä, was ist das denn? Doppel CD, Album plus Instrumentals, Bombay Saphir, verloren Track-Speed, Umhänge-Tasche, Mini-Boxhandschuhe, Druckverschluss und weiteres. Was ist denn weiteres? Was werden wir jetzt gleich sehen? Ich schau mal kurz auf. Hä? Hä? Was ist das denn? Hä? Saphir, was hast du gemacht? Lol? Hä? Eiki? Das ist ein verfickter Goldbarren. Danke, Saphir. Was? Eijuul. Danke. Schau da, deine Saphir. Alter, krass. Hast du das noch zu sagen? Das ist einfach nur schmutzkarte gewesen. Er ist aber ein Hersteller. Er ist aber ein Hersteller. Er ist aber ein Hersteller.